So eine Art japanischer Brunnen Also man sieht, man weiß ja wie es, das ist ja in Japan dann immer so ein Dach hier Glaube ich Zack Ist ja auch bei Brunnen schon so gemacht, deswegen machen wir das hier einfach auch mal so Ich würde ja nicht eher sagen, dass wir den jetzt mal weg machen So, dann wählen wir den mal aus Machen den da hin Machen zu jeder Seite einen einzigen Zugang Nein, Zauny Ich kann Uny nicht leben Ohne meinen Zaun Er war wieder ein Bruder für mich Oder ist das nur die Stimme in meinem Kopf? Naja, wer weiß Meiner Puh, okay Das könnte sogar eigentlich noch ein bisschen weiter Aber egal Ach ja genau, dann wollen wir jetzt mal schauen Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich die Häuser dann am besten mache Muss auf jeden Fall länger So, oder Ne, es muss Fen schon einen Abstand haben dann 2, 4, 6, 8, 9 Nein, 1, 2, 3, 4 Dann kommt hier eine Treppe hin Ich soll ihn aber 1, 2, 3, 4 Genau So, passt das auch von innen Das Haus kommt dann einfach schon so hier hinten dran Oder? Ne Hier sind die Häuser einfach nah aneinander Und gar nicht so groß dann Also die Häuser werden halt nicht so riesig groß Ach komm, jetzt wisst ihr was Ich hau jetzt hier mal ein bisschen Musik rein Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt im Hintergrund seht Aber Von mir aus kann es ja gerne so sein So Und dann machen wir mal Wiedergabe Jetzt muss ich das wahrscheinlich gleich erstmal runterregeln Weil es uns jetzt gleich die Ohren zerfetzt Ja, das wird es tun So Oh, ich glaube ich muss da was ändern Tralala Aber wisst ihr was Ich suche gerade mal was ganz besonderes für uns raus Alles so traurig hier Ah komm, wisst ihr was So Ja Also geht doch Oh Ich weiß, das ist eigentlich Das ist ganz schön viel Holz, was wir dann Damit weggeben Aber naja Hier gehen die Häuser schon sozusagen ineinander So Eins, zwei, drei, vier, fünf Eins, zwei, drei, vier, fünf Na und dann geht es schon hier entlang Genau Schauen wir uns das gerade von mir ein bisschen weiter weg an Ja Ja, das sieht doch gut aus Packen wir hier nochmal das gleiche Haus Dann sieht das aus wie ein großes Haus Was aber gar nicht ist Das sind ja einzelne Häuser Ich trippel mal hier oben entlang Au Ach nee, kann ich mal Genau Genau Und dann schauen wir jetzt mal gerade Oh Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei Klar muss ja so sein Äh Moment, wie viel war es jetzt? Hoppa, hoppa Eins, zwei, drei, vier, fünf Sechs, sieben, acht, neun, zehn Elf Äh Eins, zwei, drei, vier Nein Eins, zwei, drei, vier Fünf, sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Boah Holt mich nicht gut Gleich perfekt abgeschätzt Nein Oh, falsch Ich hätte auch mal eine Axt mitnehmen sollen Die muss ich mir gleich, glaube ich, nochmal holen Eins, zwei, drei Aua Ach nee, noch nicht Ich denke die ganze Zeit, ich tue mir dann dabei weh, aber tue ich gar nicht Aua Eins Zwei, drei Oh Verdammt Aber vielleicht mache ich dann auch Häuser aus Fichtenholz oder sowas Das wäre auch mal ganz cool Wenn man dann auch verschiedene Holztüten hier hätte Wenn man ehrlich ist, die Häuser hier kosten mehr als, mehr Holz als mein eigenes da hinten Dann kommen hier sozusagen Gärten hin, oder so Abgrenzungen Boah Das wird ein cooles Dorf, glaube ich Doch, ich glaube, es wird ein cooles Dorf Wo dann alle so hin können Das gleiche wird auf der Seite hier gemacht Oh ja Das wird schon cool werden, sage ich euch Okay, dann holt man gerade den ganz anderen Stoff Hehehe Lila Kuh Ich sehe auch keine Hehehehe Hehehehe Okay, lassen wir das Übersteuer ich auch ein bisschen Hehehehe Na ja, das brauchen wir jetzt alles Und das da brauchen wir jetzt alles Und wir gehen jetzt erstmal in Bauphase Liegt an Und Holztrehe Hehehehe Nicht Holztreppen Hehehehe Sondern andere Treppen. Hier, wie heißen sie denn? Die sogenannten anderen Treppen, halt. Apropos, da ich ja so kaputt gegangen bin, das eine Mal. Machen wir die mal gerade neu. Kombinieren wir die mal gerade. So, Steinzeug, Stein, Treppen. Und Holzzeug. Holz geht da. Holz-Türm brauchen wir sogar mehrere. Gemälde. Holz. Wirk mal, wird's mal geben, dann wird's das mal geben. Das wird's auch mal geben. Wird's alles mal geben. Oh man, was nehme ich mir hier bloß vor, was das für ein Riesending werden soll. Oh man. Oh Leute. Ich werde so einen Holzverschleiß bei diesem Dorf haben. Aber ich will auch mal was richtig Geiles hier bauen. Also ich will echt mal halt sowas bauen, was Hand und Fuß hat hier. Und ich denke mal, das wird's jetzt auch werden. Deswegen. Diablo. Nee, deswegen finde ich, dass wir das hier auf jeden Fall mal durchziehen sollten. Ähm, da ist der Zaun. Gut, zuerst mal den Zaun hier. Gehen wir mal durch. Dann kommt hier zum Beispiel die Treppe hin. Kommt hier eine Treppe hin. Dann kommt hier eine Treppe hin. Genau. Genau. Ich glaube, wir haben noch einen Fehler gemacht. Ja. Haben wir. Na ja, das hier kann ich schon mal machen. Das Ganze ausweiten hier. Aber ich habe hier das Ganze ein bisschen eins zu tief gemacht. Weil sonst sind wir so bedrängt hier dran. Weil... Dreierhöhe finde ich vollkommen in Ordnung. Zweierhöhe ganz und gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zweierhöhe geht gar nicht. Sonst mit dem Kopf gerade genau unter der Decke entlang schleift und keine Haare mehr hat, weil man eine Galatze bekommt. Durch die ganze Reibung, die man da so sagt. Das geht echt nicht. So. Dafür geht das hier gut. Wir können das jetzt schon mal so weit ändern. Aber das ist einfach dann... etwas blöd. Deswegen wollen wir uns jetzt mal schnell... schnell noch ein paar Äxte. Weil ich heute gerne noch mal ein bisschen Dorf fertig kriegen würde. Außer natürlich, warte ich muss nochmal gerade was Neues starten. Ich muss nochmal... immer auf dem aktuellsten Stand bleiben. Oh ja, das merkt man gerade, dass ich gerade was Neues gestartet habe. Das war eine Blödie, die das während der Aufnahme zu machen. Hoppala. Ich hoffe da... Ich hoffe, das sieht man alles gar nicht. Hoppala. Hehehe. Da noch eine Axt. Oh. Wir haben gar nicht genug Platz für die Äxte. Machen wir die Holztürn erstmal gerade weg. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ach ne, von Köln noch einmal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, alles... Alles... Toddi. Ne, Moment, falsch. So, noch eine neue Axt gemacht. Und auf geht's. Muss ja mal ein bisschen aufgeräumt werden. Aber ich glaube echt, das wird ein cooles Dorf. Da kommt es mir auch gerade, muss ich sagen, zugute, dass ich den Timbermode nicht drin habe. Äh, weil es mit dem auch wieder Probleme jetzt gab. Sondern, dass ich jetzt den ganz normalen, äh, dass ich jetzt ohne hier drin bin. Sonst würde ich mir hier gerade permanent alles weghauen. Da hätte ich zwar nur einmal gebraucht, da wäre alles weg gewesen. Aber das muss ja auch nicht sein. Oh, come on! Das ist nicht zu glauben.